Ja, ich dachte, ich probiere noch ein zweiter Ukulele aus für so einen Soundcheck. Das hier ist eine Kiwaya KTS-5, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auch wieder eine Sopran-Ukulele, diesmal ist sie ganz aus Mahagoni, mit Ausnahme von Griffbrett. Das ist Rosenholz-Palisander, wenn er jetzt nicht sowieso dasselbe ist. Hat 15 Bünde über dem... Wenn es nicht 17 sind, warte mal, lass mal rechnen. 17 Bünde über dem... 17 Bünde halt, verdammt und zugenäht. Und sie ist sehr schlank, sehr leicht, wundervoll gearbeitet. Der Hals ist sehr dünn und ja, was schnackig. Es ist wieder eine tiefe Gehseite drauf, Savare-Seiten. Ich habe geguckt, ob ich einen mit Hohe habe, aber habe ich irgendwie gar nicht gerade. Dann wollen wir mal. Und sie ist sehr schlank, sehr ab. Musik 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 Musik